Wenn Sie ein Projekt in Audacity anlegen möchten, ist es eine gute Idee, vorher einen Projektordner auf dem Schreibtisch anzulegen, indem Sie alle dazugehörigen Dateien ablegen oder speichern. Wenn Ihre Dateien auf dem Schreibtisch oder an anderen Orten liegen und sie verschoben werden, kann Audacity das Projekt nicht mehr öffnen, weil das Programm die Dateien nicht mehr finden kann.